Ich bezeuge, dass es keinen Gott gibt, außer Allah, und ich bezeuge, dass Mohammed Allahs den Namen der Gesandte ist. Liebe Geschwister, wenn wir uns über Allah subhanahu wa ta'ala unterhalten, dann unterhalten wir uns über den Herrn der Welten. Wir unterhalten uns über denjenigen, für den wir unser ganzes Leben opfern. Denjenigen, nachdem wir unser ganzes Leben lang streben. Wir unterhalten uns über denjenigen, der die schönsten Namen und die vollkommensten Eigenschaften besitzt. Wir unterhalten uns über denjenigen, der uns hat existieren lassen. Wir unterhalten uns über denjenigen, dessen Zufriedenheit wir anstreben. Und wir unterhalten uns über denjenigen, vor dessen Zorn wir uns fürchten und vorsehen müssen. Liebe Geschwister, Allah subhanahu wa ta'ala, er hat die schönsten Namen und hat die vollkommensten Eigenschaften. Und der Prophet sallallahu alaihi wa sallam hat uns mitgeteilt, dass es einen Namen gibt von Allah, es gibt einen seiner schönsten Namen. Dieser Name, diesen kennt nur Allah subhanahu wa ta'ala alleine. Wir kennen ihn nicht. Aber einer dieser schönsten 99 Namen, wenn man ihn benutzt, um Allah subhanahu wa ta'ala dadurch anzurufen, wird er dir dein Dua erhören. Und er wird dir aus deinem Problem, wird dir eine Lösung für dein Problem geben und dich aus deinem Problem, von deinem Problem befreien. Manche Ulema sagten, dass dieser gewaltigste Name der Name Allah ist. Der Name Allah selbst. Weil dieser Name Allah, liebe Geschwister, bedeutet sprachlich nach manchen Sprachgelehrten, nach manchen Sprachwissenschaftlern, der wahre Gott. Sinngemäß übersetzt, der wahre Gott oder derjenige, der wirklich anzubeten ist und außerdem niemand anderes angebetet werden darf. Das ist auf dem sprachwissenschaftlichen Niveau. Allerdings, wenn wir uns anschauen, was religiös hinter diesem Namen Allah steckt, das können wir nur zusammenfassen mit dem folgenden Ausspruch des Propheten sallallahu alaihi wa sallam, wo er sagte, ich bin sinngemäß, ich bin nicht imstande, dich so zu rühmen und dich so sehr zu loben, wie es dir zusteht, sondern dir gebührt das Lob, das du dir selbst zuschreibst. Als würde er sallallahu alaihi wa sallam sagen, ich bin nicht imstande, dich so zu loben, oh Allah subhanahu alaihi wa sallam, oh Allah und deswegen, ich lobe dich so, wie es dir gebührt und du übernimmst für mich dann die Belohnung und du übernimmst für mich dann diese Sache. Und dieser Hadith ist überliefert sinngemäß und sahih Muslim. Ibn Qayyim rahimallah ta'ala hat ein, was ist, sehr wertvolle Zeilen geschrieben, Worte aufgeschrieben über die Bedeutung dieses Namens Allah subhanahu wa ta'ala. Aber er sagt zusammengefasst, wie sollen wir über die Bedeutung Allahs reden, wo er subhanahu wa ta'ala der Vollkommene ist. Und er jegliche Art von Lob ihm gehört. Und er ist der Vollkommene hinsichtlich seines Ruhmes. Und er ist subhanahu wa ta'ala vollkommen hinsichtlich seiner Schönheit. Und er subhanahu wa ta'ala, alles ist an ihm gut. Und er tut uns nur Gutes. Und er ist der Großzügige. Und er ist der jenige, der uns gegenüber gütig ist. Und alles Gute kommt von ihm und ist auch für ihn. Und sein Name ist so heilig und so segensreich, dass wenn man es in wenigen erwähnt, vermehrt er es. Wird es dadurch vermehrt, durch seinen Namen, durch den Segen. Deswegen sagen wir Bismillah vorher. Und wenn man Angst hat, dann wird einem die Angst durch seinen Namen weggenommen. Und wenn man Sorgen hat, werden einem die Sorgen durch seinen Namen weggenommen. Und wenn man, liebe Geschwister, sich an diesem Namen festhält, ein Schwacher sich an diesem Namen klammert, dann Allah subhanahu wa ta'ala schenkt ihm Kraft. Und wenn man erniedrigt ist und sich durch diesen Namen erhöht, dann wird man von Allah azawajal erhöht. Und wenn man in einer Notlage ist und man sucht Hilfe bei diesem Namen, Allah wird einem sein Problem lösen. Und liebe Geschwister, durch diesen Namen sendet Allah die Segenungen herab. Und durch diesen Namen wird das Schlechte von uns abgewehrt. Und durch diesen Namen wird das Gute uns herangeführt. Und liebe Geschwister, durch diesen Namen wurden Himmel und Erde erschaffen. Und durch diesen Namen hat Allah die Bücher herab gesandt. Und durch diesen Namen hat Allah die Gesandten entsandt. In seinem Namen. Und durch diesen Namen hat Allah subhanahu wa ta'ala uns gesetzlich gemacht, was er gesetzlich gemacht hat. Und durch diesen Namen werden am jüngsten Tag die Waagschalen aufgestellt werden. Die Waagschalen der Gerechtigkeit. Und durch diesen Namen wird der Herr der Welten angebetet und ihm wird gedient und er wird gelobt. Und aufgrund dieses Namens, liebe Geschwister, wird man in seinem Grab gefragt werden. Und aufgrund dieses Namens wird man am Tag der Auferstehung auferstehen. Und aufgrund dieses Namens werden die Menschen sich ihm zuwenden und er wird richten. Und aufgrund seines Namens subhanahu wa ta'ala liebt man sich oder ist man sich gegenüber feindselig gesinnt. Und aufgrund seines Namens subhanahu wa ta'ala wird man glücklich sein oder unglücklich sein am Tag der Auferstehung. Zusammengefasst, liebe Geschwister, sehen wir, dass der Name Allahs vieles beinhaltet. Mehr als nur zu sagen, ich glaube an Allah. Denn die Gesandten, liebe Geschwister, haben zu mehr aufgerufen, als nur an Allah zu glauben. Der Tawhid, zu dem die Gesandten aufgerufen haben, ist von zweierlei Art. Die erste Art ist diejenige, daran zu glauben, wie Allah subhanahu wa ta'ala sich beschrieben hat an Namen und Eigenschaften. Aber die zweite Art von Tawhid ist diejenige, die sich daraus ergibt. Nämlich das, was von dir verlangt ist, letztendlich zu tun. Und deswegen, liebe Geschwister, das findet man im Koran an vielen Stellen wieder. Beispiel für das erste ist Und Beispiel für das zweite ist die Surah Al-Kafirun, die wir alle auswendig können, deswegen kann ich an dieser Stelle das abkürzen. Allah subhanahu wa ta'ala sagte im Koran al-Karim und er beschreibt uns oder er befiehlt seinem Propheten, sallallahu alayhi wa sallam, mit den Götzendienern zu reden, die an Allah, azzawajal, glauben. Denn, was ich hier an dieser Stelle ansprechen möchte, ist die folgende Tatsache. Manchmal redet man mit jemandem und er sagt, ich glaube an Gott. Und dann sagt man sich, subhanallah, er braucht eigentlich nur noch bezeugen, dass es kein, dass Muhammad Allahs Gesandter ist und dann ist er Muslim. Falsch, lieber Bruder, liebe Schwestern, falsch, vollkommen falsch. Er hat bezeugt, dass es keinen Schöpfer gibt außer Allah, aber er hat nicht bezeugt, dass es keinen Gott gibt außer Allah. Denn wenn er bezeugen würde, dass es keinen Gott gibt außer Allah, dann wäre er bereit, Allah so zu dienen, ihm so zu dienen, wie es ihm gebührt. Er wäre bereit, sich mit seinem Gesicht auf den Boden zu legen, um Allah subhanahu wa ta'ala eine Niederwerfung zu leisten. Allah sagte im Koran, sprich, sag zu ihnen, wem gehört die Erde und was sich darauf befindet, wenn ihr es wisst. Sie werden sagen, Allah, sprich, wollt ihr denn nicht darüber nachdenken, wollt ihr denn nicht bedenken, was ihr tut? Sprich, wer ist der Herr der Himmel, der sieben Himmel und wer ist der Herr des gewaltigen Thrones? Sie werden sagen, Allah, sprich, wollt ihr euch denn nicht vor ihm in Acht nehmen, in dem ihr ihn alleine anbetet und niemanden sonst? Sprich, in wessen Hand ist die Herrschaft der Himmel und Erde und wer ist derjenige, der Schutz gewährt und gegen den kein Schutz gewährt werden kann? Sie werden sagen, Allah, sprich, warum lässt ihr euch dann von ihm abwenden? Warum lässt ihr euch denn verzaubern, heißt es wortwörtlich im Koran al-Karim? Weil wenn man verzaubert ist, dann denkt man, dass das Wahre falsch ist und dass das Falsche wahr ist. Aus dieser Eier ergibt sich, liebe Geschwister, dass es eben nicht genügt, Allah, sprich, an ihn zu glauben, im Sinne von, dass er der einzige Schöpfer Gott ist und derjenige ist, der alle Angelegenheiten leitet. Sondern Allah, sprich, muss auch angebetet werden und man muss sich für ihn erniedrigen, denn Allah sagte, ich habe die Jinn und die Menschen nur erschaffen, damit sie sich für mich erniedrigen. Das ist die Bedeutung von Ibadah. Und manche Leute kommen und sagen, Freiheit und jeder benutzt den Begriff Freiheit, wie er ihn braucht. Jeder schränkt die Freiheit ein, wie er sie braucht. Und ganz gefährlich ist es, wenn man mit Freiheit meint, dass man sagen darf, was man will und dass man glauben darf, was man will und dass man denkt dabei, dass man dafür nicht zur Rechenschaft gezogen wird. Liebe Bruder, liebe Schwester, du kannst sagen, was du willst, wie Allah sagt, اعملوا ما شئتم, macht, was ihr wollt, aber ihr sollt wissen, dass Allah weiß, was ihr sagt. Und deswegen muss man sich als Muslim Allah subhanahu wa ta'ala fügen und darf nicht sagen, man darf sagen, was man will. Du wirst gefragt werden nach jedem Wort, was du sagst. Allah sagt im Qur'an, ما يلفظ من قولٍ إلا لديه رقبن عتيد. Jedes Wort, das du aussprichst, wird aufgezeichnet von den Engeln, liebe Geschwister. Und egal, was du glaubst, du wirst dafür zur Rechenschaft gezogen werden. Und dein Geld, du wirst gefragt werden, woher du es erworben hast und worin du es investiert hast. Und deine Zeit, die du verbracht hast, du wirst gefragt werden, worin du sie investiert hast. Von wegen, du bist frei, du bist in Wirklichkeit ein Diener Allahs, dann geht es dir auch wirklich gut, dann erangst du, die Vag of Khaahit, nach diesem Leben. Aقولu, bima tasmu'n, astagfirullahaladhi mali, wolekum, wolisairil muslimin, waastagfiruhu, innahu al-Ghafur al-Rahim.